Solltest du Probleme haben mit ganz kleinen Texten und dir überlegen, eine Lesebrille zu kaufen, oder vielleicht hast du so eine Lesebrille, dann ist dieses Video hier sehr wertvoll für dich, denn ich möchte dir zeigen, wie du es schaffen kannst, deine natürliche Sehkraft zu verbessern, dass du nicht mehr auf eine Lesebrille angewiesen bist und du trotzdem, egal wie alt du bist, um wieder gestochen scharf kleine Texte zu lesen. Alles, was wir dafür brauchen, ist eine sogenannte Nahsicht-Sehtafel. Hilt vor allem für alle, die eine Alterssichtigkeit haben oder eine Weitsichtigkeit haben. Heißt also, wenn du ein Handy oder ein Buch vor dir hast und dass die Arme immer länger werden, dann hast du genau dieses Problem der Alterssichtigkeit. Sprich, die Augenmuskeln drehen sich beide nicht mehr nach innen, sondern du schaust quasi mit beiden Augen an deinen Fokuspunkt vorbei. Wir können das Ganze auch ganz kurz nochmal testen. Nutze dafür einfach mal deinen Daumen und versuch den mal anzufokussieren. Streck deinen Arm aus, versuch den Daumen anzufokussieren. Und dann gehst du langsam auf deine Nasenspitze zu und bleibst dann genau stehen, zum Beispiel hier. Dann weißt du genau, bis hierhin kannst du scharf sein. Alles, was hier drüber hinaus ist, ist unscharf. Du siehst den Daumen nicht mehr scharf. Kann natürlich auch bei dir in dem Fall wahrscheinlich schon weiter hinten liegen. Liegt natürlich daran, dass du einfach eine Alterssichtigkeit hast und ich nicht. Deswegen möchte ich dir heute verraten, wie man diese Alterssichtigkeit lösen kann, damit du entsprechend nicht mehr auf deine Bläsebrille zurückgreifen musst und dadurch auch deine Alterssichtigkeit vollständig wegtrainieren kannst. Weil das Ganze ist einfach nur eine Alterungserscheinung, wie der Name im Prinzip schon sagt. Alterssichtigkeit, ja, sprich, wir können nicht mehr so scharf in der Nähe sehen. Das liegt einfach daran, dass unsere Augenmuskeln im höheren Alter einfach öfter mal beansprucht werden müssen. Das machen wir jetzt mit dieser Übung. Wir versuchen sie zu reaktivieren und dadurch wirst du auch ganz schnell deine Fortschritte sehen, weil wir haben da keinen riesen Bizeps, den wir trainieren müssen. Unsere Augenmuskeln sind ganz klein und ganz dünn. Die können wir ganz schnell dadurch trainieren. Und deswegen nutzen wir hier diese Seetafel. Die Seetafel, wie du siehst, oben größere Texte, unten kleinere Texte, ähnlich wie eine ganz normale Seetafel, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast. Aber diese Seetafel ist hier wirklich besonders, denn diese Seetafel ist wirklich für die Alterssichtigkeit ausgelegt. Wir fangen, wie gesagt, ganz oben wieder an, versuchen diesen Text hier zu sehen und versuchen uns langsam, aber sicher ganz nach unten durchzuarbeiten. Wenn du diese untere Zeile, die 20-20-Zeile hier lesen kannst, das ist einfach der Indikator dafür, dass du wieder 100%ige Sehschärfe hast. Wenn du diese Zeile hier aus 35 cm Entfernung lesen kannst, scharf lesen kannst, dann hast du keine Sehschwäche mehr. Und ich zeige dir mal ganz kurz auch, was 35 cm sind. Ich habe es dir hier markiert, dass du das auch schön siehst. Und wenn ich jetzt das mache aus 35 cm, wäre sozusagen diese Entfernung hier. Und du siehst schon, das ist schon relativ viel. Sollte es am Anfang erstmal nicht auf diese Distanz funktionieren, weil du die oberen Zeilen schon unscharf siehst, dann machst du es natürlich aus einer geringeren Entfernung. Wichtig ist nur, dass wir uns Stück für Stück dann langsam auf diese 35 cm vorarbeiten, dass du dann hier oben schon alles scharf sehen kannst. Und dann arbeiten wir uns schrückweise langsam nach unten. Wie machen wir das? Du kannst dazu entweder, wie gesagt, so eine Sehtafel hier nutzen. Das kannst du, wie gesagt, aber auch ganz normal im Alltag quasi passiv trainieren. Beispielsweise, wenn du eine Zeitung hast oder ein Buch oder sonstiges, kannst du genau die gleiche Technik dort auch anwenden. Also sprich, dass du immer, wenn du eine Möglichkeit findest, kannst du diese Übung hier anwenden. Ich mache jetzt einfach die Übung mal mit dir gemeinsam mit auf der obersten Zeile. Wir versuchen uns nämlich, diese Zeile einmal anzufokussieren, versuchen sie scharf zu stellen und dann bewegen wir unsere Augen über die Zeile von links nach rechts. Einfach nur schwingen, dass wir quasi unsere Augen von links nach rechts bewegen. Dadurch, dass wir unsere Augen bewegen, wird das Ganze immer schärfer. Solltest du ein Buch haben, empfehle ich dir das Ganze einfach mal umzudrehen, damit du nicht irgendwelche Ablenkungen hast durch die ganzen Texte, sondern eigentlich alles auf dem Kopf siehst. Und dadurch, dass du jetzt mehrere Zeilen auf dem Kopf siehst, kannst du das auch nutzen für dich, indem du einfach dir die weißen Zwischenräume anschaust. Du versuchst also wirklich nur auf die Bewegung zu achten und nicht auf den Text. Die Texte, die Buchstaben sind dir völlig egal, du sollst nur auf die Bewegung achten. Achte darauf, welche Farbe hat das Weiß und schau dir auch die Druckerschwärze an, also wie schwarz ist die einzelne Buchstabe. Versuch dich darauf zu fokussieren und bewege immer wieder, sag deine Augen von links nach rechts. Wenn du diese Übung jetzt zwei bis drei Minuten gemacht hast, mehr brauchst du nicht machen, das reicht völlig aus, ja, dann hast du wahrscheinlich schon die ersten großen Fortschritte erzielt. Dann ist der erste Step schon mal vorbei und du schließt kurz deine Augen, versuchst dich zu entspannen. Also ich mache das immer so, dass ich meine Augen schließe, meine Hände aneinander reibe und dass ich dann meine Hände auf meine geschlossenen Augen lege und kurz nochmal durchatme. Ja, das hilft extrem und dadurch bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass ich meine Augen komplett entspannt habe. Als Kontrolle kannst du dann natürlich gerne nochmal die Seetafel nutzen, einfach nochmal scharf stellen versuchen, ob du die Zeile auch gut erkennst. Wahrscheinlich wirst du dann schon die ersten Fortschritte erzielt haben. Du wirst dich dann wahrscheinlich total freuen und willst gleich weitermachen. Ich empfehle dir, mach wirklich pro Trainingseinheit immer nur eine Zeile. Das kannst du natürlich über den Tag verteilt drei, vier Mal wiederholen. Aber wie gesagt, versuch nicht am ersten Tag gleich alle Zeilen scharf zu erkennen. Das überanschränkt meistens deine Augen. Wenn du mit dem Augentraining starten möchtest, schau auch gerne nochmal unterhalb des Videos. Dort habe ich dir alles verlinkt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.